Liebe Zuschauer von KTV, unser Highlight für Sie. Deadline, die letzte Ruhestätte. Christian Peschken spricht mit Vertretern verschiedener Religionen und kultureller Organisationen über die Bedeutung von Friedhöfen, das Abschiednehmen, abgelaufene Gräber und den Tod. Ein wertvoller Beitrag zum Diskurs über den Wandel der Bestattungskultur. Schalten Sie ein. Unsere Sendetermine für Sie. 9. Juli 16 Uhr, 10. Juli 20.15 Uhr und 12. Juli 10 Uhr. Schalten Sie ein. Deadline, die letzte Ruhestätte.